Also Leute, glaubts mir oder nicht, aber wenn es ums Wohnen geht, ist Cottbus einer der günstigsten Studentenstädte in ganz Deutschland. Also mal so zum Vergleich, hier bekommt man eine Zwei-Zimmer-Wohnung zum Preis von einem WG-Zimmer in Friedrichshain oder Kreuzberg. Und noch ein weiterer Vorteil, ihr müsst euch hier überhaupt nicht mit 200, 300, 400, 8000 Millionen Leuten um eine einzige Wohnung prügeln. Und wenn ihr jetzt aber hierher kommt und sagt, ey, ich kenn hier keinen, ich hab noch keine WG-Buddies, um mir was eigenes zu suchen, dann hab ich eine coole Alternative für dich, die zeige ich dir jetzt, also komm mal mit. Eine sehr gute Adresse sind natürlich auch die Wohnheime vom Studentenwerk. Hier bekommt ihr eure erste Bude für 265 Euro und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch denn hier mit anderen Studierenden connecten, austauschen, abhängen, was ihr wollt. Und sagen wir mal, eure erste Veranstaltung beginnt um 9.15 Uhr, dann reicht das komplett, wenn ihr um 9.10 Uhr aufsteht, weil 50 Meter da die Straße runter, da ist auch schon der Campus. Also als kleines Fazit, Wohnen in Cottbus, das ist einfach und das ist günstig. Mal mit 4.10 Uhr, dann geht es uns allen bis zum 9.15 Uhr. Schadingen, das ist natürlich nicht alle, welche Leute, wir machen uns, dass jeder liwid, die Leute, 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 die Leute und die Leute. Vielen Dank.